Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir werden heute eine Tour-Yogastunde machen für Reiter und Reiterinnen. Renneninnen, gewann! Rennen, rennen, rennen! Also bleibt dran! Außerdem werden wir noch welche grüßen! Jawohl! Okay, wir werden uns erst mal auf mit fünf Runden laufen. Also man muss dazu sagen, die Lea turnt ja und wir machen das schon lange, dass sie mir Yoga-Stunden gibt, tatsächlich, also Yoga- bzw. Turnstunden, und wir nehmen euch heute mal mit in Leas Yoga-Turnstunde, und mir tut die tatsächlich immer sehr, sehr gut, und wenn ihr Lust habt, dann schnappt euch jetzt ein Handtuch oder eine kleine Matte und macht direkt mit. Okay, also fünf Runden laufen. Aufwärmtraining, la 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 la, aufwärmtraining, la 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 la, okay. Hier ist aber noch nicht so richtig gut geputzt. Doch. Da ist noch eine nasse Stelle. Dann springen drüber. Hast du mitgezählt? Nee. Ich darf immer noch eine Runde, dann müsste das passen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Okay, dann Arme kreisen, vorwärts. Also Arme kreisen, vorwärts, Arme strecken. Nicht so. Ich krieg jetzt schon wieder Krämpfe. Beim letzten Mal habe ich Krämpfe gekriegt. Schau, du machst so. Ja, entschuldige mal, ich bin halt keine elf mehr. Und rückwärts? Ja, Gott sei Dank mal eine andere Richtung. Weiter. Ja. Sonst machst du länger. Nein. Doch. Ich kann nicht mehr. Du musst es für Anfänger machen. Dann gehen gleich. Und wechseln. Helikopter. Helikopter. Arme strecken. Geil. Ja, das tue ich aus meiner Sicht. Machst du. Gefühlt weh, andersrum. Dein linker Arm ist immer noch angewinkelt. Ja. Naja, egal. Was soll's. Den linken Arm vor. Und jetzt sollte es hier irgendwo ziehen. Diese Übungen sind besonders gut für den Ausgleich zum Reiten. Und Lea hat sich damit genau befasst. Ja. Schon viele Jahre. Ja. Wie lange machen wir das schon? Wir haben in Kirchengen angefangen, gell? In unserem alten Heimatort haben wir schon angefangen. Und das ist jetzt auch schon wieder, weiß ich nicht. Also zwei, drei, vier Jahre machst du es schon? Äh, ja. Ja. Siehst du? Okay, wechseln. Wechseln. Arme strecken. Wichtig ist, dass diese Dehnübungen nicht einfach so jetzt zack und wieder runter, weil das bringt nicht so viel. Also wenn es halt länger ist, dann dehnt es halt sozusagen besser. Okay. Dann einmal nach hinten. Oh. Oh. locksa. Manages verdienen uns. Morganolt. Hahaha. Mann Notice hat es gedachtствие truthす See that du we Espaieran ehbilder Optmunum noch die Person. 59 kings waren die Verrampagung noch nicht nur die Person hier piggy. Wollt ihr uns einfach von hinten sehen? Ja, wollt ihr uns einfach von hinten sehen? Nein. Ja, ist ganz gut, wenn wir den Ellbogen packen und dann ein bisschen seitlich ziehen. Aber die Übung kennen bestimmt auch viele. Okay. Dann das linke Bein hoch. Ich kann jetzt gar nicht so richtig anfangen. Und jetzt ist wichtig, dass Knie an Knie ist. Also so bringt es nichts. Die Matte ist echt schwierig. Umso weicher der Untergrund, umso schwieriger ist diese Übung. Und bei uns ist der Untergrund sehr weich. Seht ihr vielleicht jetzt an unseren Füßen, wie wir ausgleichen müssen. Wenn es für euch zu schwierig ist auf einem weichen Untergrund, dann macht es einfach auf dem harten. Dann ist es deutlich einfacher. Ist nass. Ja. Jetzt sollte es hier dehnen. Und Wechsel. Oh. Ah ne, die andere Seite kann ich nicht machen. Ne, dann machst du die andere Seite nicht. Der hat ja eine kleine Verletzung. Ihr habt das vielleicht im letzten Video schon gesehen. Aber es heilt schon gut ab und... Abheilen? Was ist denn das für ein Wort? Kennst du dich abheilen? Es heilt ab. Man sagt, es wird wieder besser. Nichts heilt ab. Ja, also bei mir heilt die Wunde grad ab. Es ist ja lustig, dass du das Wort gar nicht kennst. Okay. Gut. Dann gehen wir einmal mit den Händen hoch. Ach so, ja. Wichtig ist, weil Mami, du machst jetzt schon so, ne? Ja. Also eigentlich bei allem ist es wichtig, dass die... Also dass du halt hier auch wie beim Reiten eine Gerade bist. Reiten immer so? Nein. Nein, aber beim Reiten bist du doch auch hier so und zu den Füßen so eine Gerade. Ja, genau. Hier machst du ja dann auch nicht so. Sondern du musst hier halt wieder eine Gerade sein und wenn möglich nicht im Hohlkreuz. Das ist meine Schwierigkeit immer. Und dann gehen wir nach vorne runter. Du darfst in der Gegend entlang. Sorry. Ich bin mit meinen Gedanken. Jetzt müssen die Füße ganz zusammen und die Knie durchgestreckt. Hallo? Sollen wir uns da ein bisschen versetzt hinstellen? Ja. Vielleicht so? Ja. Wo hast du noch dich mit mir gebaut? Okay, okay, also. Jetzt soll es hier hinten ziehen. Wo zieht es bei dir? Ähm, hier im Wadel. Ja, perfekt. Aber guck mal, ich komm schon weiter runter als beim letzten Mal. Also es hat schon was gebracht mit dir die Stunden. Turn- und Yoga-Stunden. Okay, und hoch. Ähm, dann setzen wir uns einmal in die Grätsche. Oh. So weit wie möglich eigentlich auf. Dann die Hände hoch. Gerade Rücken. Nicht so. Also ich bin das Beispiel, wie man es nicht macht. Ihr könnt mal so machen. So. Und so bleibt der Rücken jetzt. Und so. Und so bleibt der Rücken jetzt. Und so bleibt der Rücken jetzt. Dann falle ich aber einfach runter. Ich glaube, wir müssen mal Platz wechseln. Und ich muss auf die Seite. Oh Gott. Oh Gott. Also gut. Dann. Ich weiß nicht, warum ich daran so schlimm ist. Beide Arme hoch. Hände zueinander. Ach, sagst du da. Und nach rechts. noch. Zehen strecken. Ja. Zehen strecken. Ja. Nach oben. Hände gerade. Ellbogen durchgestreckt. Und nach vorne. Da. Wo zieht's mit dir? Da in den Kniekehlen. Hier so. Ja. Oberschenkel. Echt? Krass. Da zieht gar nix. Ach, du fährst dann die Ferse. Ja. Ich fass immer so. Es ist schlecht, weil die zählen müssen halt. Oh, ich fährst. Weil ich auch nicht immer drauf achte. Also wer kann, kann an die Fersen fassen. Die anderen müssen halt einfach an die Knie fassen. Weil an den Fersen zieh ich mich halt immer so runter. Viele handeln sich auch so vor. Also vor allem hier. Jetzt geht's, weil da rutscht du nicht so krass weg. Mhm. Dann können die sich so vorziehen. Ja. Oh, das tut mir weh. Okay. Gut. Dann haben wir die andere Seite noch nicht gemacht. Hm. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Wir haben hier unsere Pferdlosen T-Shirts an. Wir haben nämlich viele verschiedene Produkte. Und die werden wir jetzt auch verlinken. Es gibt T-Shirts, Tassen, Kopfkissen, Taschen. Haben wir auch Taschen? Ja, wir haben Taschen. Wir haben für Babys und Kinder und Erwachsene und Hunde. Also schaut einfach mal rein. Ja. Was euch so gefällt. Gut. Dann machen wir die Beine zusammen. Wir haben hier da gerade. Du machst jetzt glaube ich das Hohlkreuz. Zu krass, okay. Also du machst die Hände so, versuch sie hier wirklich direkt an. Ach so, nach hinten? Ach so, die Hände ganz am Po? Ja, dann bist du gerade. Aha. Ja, man merkt es sofort. Dann kann man gar nicht mehr so ein krasses Hohlkreuz machen. Ja, das geht dann gar nicht. Und du kannst auch nicht nach vorne. Also so ist eigentlich immer perfekt. Okay, guter Hinweis. Dann so bleiben. Ja, dann kann man rausfinden, wo es seine richtige Position ist. Das ist cool. Und nach vorne. Oh, jetzt zieht es hier krass. Also es soll auch da ziehen. Aber ich mache jetzt auch immer erst so allen Beinen so ein bisschen hoch. Nicht weit, aber so ein bisschen. Geht dann runter. Dann wird halt jetzt nur das gedehnt. Dann einmal wechseln. Dann wird jetzt nur das gedehnt. Und dann beide runter. Dann kann ich es meistens, meistens, nicht immer, ein bisschen besser. Okay. Dann können wir, ähm, ja, wir, also, ähm, machst du zuerst bei mir oder ich, weil, ja, ich zeige es dir an der Mami. Ist hier so eine Beule? Da ist ein Maufwinkel drunter. Okay, ich meine mal, nicht, dass es hier irgendwie ein Ding hat. Nein. Das ist da auch. Okay. Also runter. Wohin? Wie? Was soll ich machen? Äh, äh, am Sprezzwinkel. Also halt. Okay. Dafür braucht ihr jetzt zwei Personen. Ich stelle mich jetzt hier so auf Schulterhöhe irgendwo. Arme anspannen. Po anspannen. Beide zusammen, ja. Und der Kopf bleibt unten am Boden. Ich zieh die Hände hoch. Der Kopf bleibt unten. Und wenn der Kopf weg ist vom Boden, sagst du Stopp. Stopp. Und jetzt muss die Mami den Kopf nach unten zum Boden hinziehen. Bist du wieder am Boden? Ja. Dann wieder ein bisschen höher. Und das so ungefähr zehn Sekunden. Wenn ihr keine zweite Person habt, könnt ihr das vielleicht auch am Stuhl machen, oder? Dass man am Stuhl so auflegt und Kopf runterhängen lässt. Hast du so am Stuhl? Ja. Vielleicht, oder? Wenn man jetzt gerade keine zweite Person hat, könnte man das vielleicht auch machen. Oder halt einen Kissenberg oder sowas da drauf. Und wo greife ich an hier so an den Armen? Ich habe vor dem Ding, also da habe ich, glaube ich, gegriffen. Hier? Ja. Achso, weit hinten? Mhm. Also hinterm Ellbogen. Mach weiter. Mhm. Stopp. Hoch. Stopp. Hoch. Stopp. Also zehn Sekunden, gell? Achso. Ja. Habe ich dir gerade gesagt. Ist doch immer so. Ja, aber ich warte dann auf deine Kommandos. Also, ihr müsst es nicht am Holzbett machen. Ihr könnt es, ich denke mal, ihr seid jetzt alle im Haus oder so. Oder vielleicht auch im Garten. Dann könnt ihr euch an eine Hauswand oder halt auch drinnen an irgendeine Wand stellen, damit ihr halt gerade seid, wenn nicht nach jedem Umfeld fällt. Und dann könnt ihr auch wieder entweder auf den Stuhl rauflegen. Aber das ist dann, glaube ich, ein bisschen tief. Ähm. Ihr müsst diese Übung auch nicht unbedingt machen, weil wir kommen später eh noch zum Spagat. Wenn ihr eine zweite Person habt, nimmt sie das Bein. Ja, an der Ferse. Und jetzt kann man es entweder so machen, man macht das Bein einfach immer höher, bis ich Stopp sage. Oder man, ich, die Mami geht nochmal ein bisschen runter mit meinem Bein. Und dann sage ich um einen Stopp. Und dann geht sie so in zehn Schritten hoch. Also ich mache es immer gerne mit den zehn Schritten. Wichtig ist, das Bein ist gestreckt. Ihr dürft euch nicht so verdrehen. Gerade und dann los. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und in der Zehn kurz halten. So ungefähr zehn Sekunden. Und ich verdrehe mich komplett. Ja. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Bein runter. Jetzt muss ich gucken. Ja, ich kann mich hier noch so ein bisschen mit hoch stützen. Höher. Höher. Stopp. Zehn Schritte. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Größere Schritte. Ja. Jetzt hoch. Also am besten eine gerade Wand. Am Baum war es angenehmer wahrscheinlich. Hoch. Hoch. Höher. Ja. Das ist dein besseres Bein. Ja. Noch ein bisschen. Okay. Ganz runter. Du auch? Mhm. Musst nur da deine perfekte Position mit deiner Würfel so ein Fekt, weil es tut ein bisschen weh. Okay. So machen wir das. Hier? Mhm. Eins. Zwei. Drei. Zehn. Strecken. Vier. Fünf. Sechs. Kniestrecken. Kniestrecken. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Hier schon? Ja. Ich merke es dann erst oben wahrscheinlich. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Das kann fast besser. Acht. Ja, das ist besser. Neun. Zehn. Stopp. Das kann schon besser, gell? Das ist viel besser. Krass. Ich hatte immer das rechte Bein vor beim Spagat. Komisch. Okay. Dann gehen wir wieder auf die Matte. Gut. Dann machen wir jetzt Spagat-Vorübung. Wir machen so und so. Genau. Streckst du das hintere Bein oder wie weit muss das vor? Also wer jetzt noch nicht weiß, wie das genau geht. Wichtig ist, dass hier ein rechter Winkel ist. Und ziehen soll es dann irgendwo hier so wieder. Weil wenn es nicht zieht, dann müsst ihr mit dem Popo, also mit dem Bein generell vor und dann mit dem Popo runter. Also hier, bei mir ist da jetzt kein rechter Winkel mehr, weil ich schon ein bisschen weiter unten bin mit meinem Pöpö. Und das Bein hier einfach flach auf dem Boden. Wichtig ist hier auch wieder nicht so verdrehen. Und wenn ihr euch verdreht, nehmt ihr immer die Seite halt, also den Arm, wo auch euer Fuß unten ist und nehmt den dann ans hintere Bein. Weil dann ist die Gefahr nicht so hoch, dass ihr euch so verdreht. Also eher verdreht ihr euch dann so und da kann man sich nicht so wirklich verdrehen. Das heißt, ihr seid gerade. Okay. Dann gehen wir mit dem Bein gerade noch ein bisschen vor. Jetzt muss hier ein rechter Winkel sein und dann mit dem Oberkörper runter. Wichtig ist immer zehn Strecken. Hier ist es auch wichtig, dass das Knie halt durchgestreckt ist. Hier habt ihr jetzt eine gerade Linie zur Hüfte hin. Okay. Und jetzt macht ihr, also ihr winkelt das Bein hier jetzt so an. Also rechtes Bein. Ja, halt immer noch das, was davor vorne war. Und dann geht ihr halt so runter. Ja, die mag ich eigentlich ganz gern, die Übung. Aber ja klar, mit deinem Schienenbein musst du ein bisschen gucken. Und dann geht's halt hin, damit das nirgendwo berührt. So, und wenn das hier nicht zieht, also wenn ihr wirklich am Boden sitzt, dann könnt ihr das Bein so ein bisschen raus. Wenn das immer noch nicht zieht, halt immer so ein bisschen weiter raus. Und wenn es da noch nicht zieht, dann... Dann seid ihr beweglich. Dann könnt ihr ein Spagat, weil dann könnt ihr jetzt auch noch so ein klein Stück rüber und dann habt ihr... Seid ihr im Spagat. Also bei mir zieht's? Bei mir jetzt auch. Jetzt ist auch wichtig, dass ihr nicht, also halt wieder nicht so macht, weil das ist halt verdreht dann. Also könnt ihr wieder diese Hand da hinten hin. Dann seid ihr wieder gerade. Also welche, wenn du jetzt das recht... Du hast jetzt das... Rechte Bein vorne, rechte Hand hinter. Oh, ich verdrehe mich. Weil die klaut sich ein Holz. Fein darfst du's haben. Du darfst das Holz schon haben, Balty. Ja, nimmst du dir das Holz. Fein. Oh, und Wein ist Holz. Oh, ja. Okay. Knapst dir was. Dann das gleiche mit dem anderen Bein. Ein. Darfst du haben. Jetzt kommt die Sonne auch langsam rum. Machst du die Hand nach hinten absichtlich, so? So? Einfach, weil's angenehm ist. Einfach so, weil... Keine Ahnung. Okay. Okay. Bein durchschlecken. Runter. Aber ich find's angenehm. Ich find's weiß. Mhm. Wo ist das denn? Okay. Jetzt wieder eine Gerade in die Liste hin. Das ist schon wieder entsteckt worden. Die, was mir grad auffällt, ich bin hier hinten gar nicht im rechten Winkel. Okay. Und dann das Bein halt wieder anwinkeln, wie bei der anderen Seite. Dann, äh, kann ich nicht machen. Weil... Dann korrigierst du mich einfach am besten. Ja. Was ich noch besser machen kann. Weil, äh, ich kann meinen Bein zwar eigenermaßen bewegen so, aber es ist da vorne druckumfindlich, weil da hab ich die Wunde und ich setz mich halt sonst drauf. Aha. Ja. Ja. Puppe noch ein bisschen runter. Das geht noch. Aha. Und jetzt deine Hüfte. Ich weiß nicht, ob es bei mir auch so ist. Es ist ein bisschen verdreht. Ja, die ist verdreht, weil ich ein Schweif bin. Dann fass mit der Hand mal hier hinten an den Oberschenkel. Ja. Aber jetzt, jetzt ist deine Hüfte so und deine Schultern so. Genau. Also lass die Schultern trotzdem gerade so, greif einfach nur so dahinter. Ja. So. Okay. Dann geben wir einmal den Pfifffüsterstand und wir drehen die Hände einmal ganz nach innen. Also ihr seid so und dreht sie so ganz. Ach, nach innen? So innen, ja. Nicht nach außen. Danach gehen wir nach außen. Aha. Ja. Das hab ich noch nie gemacht. Ach krass, da bin ich ja rechts viel steifer. Gleich auch so. Wie kannst du die gerade, ach so, weiter hinten. Ach so, hier da kann ich eigentlich. So. Jetzt halt wie möglich so weit das da drehen. So nach außen? Ja, aber Ellbogen gerade. Okay. Dann einmal mit den Fäusten nach. Oh, 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 oh. Arm gerade. Ich glaube, das sind auch echt gute Übungen zum Reiten, weil dann die Hände locker werden. Weil wenn die Hände verkrampft sind, was bei ganz vielen ja so ist, dass die Hände, dass sie sich am Zügel festkrallen oder das fest ist, dann wird man da glaube ich locker. Das ist bestimmt eine gute Übung. Einmal noch kreisen. Nach innen. Und nach außen. Und lassen wir mit beiden kleinen Fingern einmal die knacksen. Dann stehen wir noch einmal auf. Und jetzt machen wir die Hände so. Zur Seite. Scheint jetzt noch vielleicht leicht, aber wenn ihr mitmacht, dann könnt ihr das nach der Zeit irgendwie gefühlt gar nicht mehr machen. Nach oben. Nach vorne. Zur Seite. Nach unten. Ein nach vorne, ein nach hinten hoch. Nach unten. Gleiche Richtung weiter. Dann einmal andersrum. In die eine Richtung bin ich ein bisschen, kann ich nicht. Zum Glück habe ich dich hingekommen. Ja, Gott sei Dank. Sie hat sich gesehen, sie hat sich gesehen. Dann nochmal zur Seite. Nochmal ganz schnell. Und dann kannst du da gleichzeitig glauben. Um. 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 Wir beim Turnen machen halt immer so Bahnen, so Läufer halt. Und dann machen wir verschiedene Übungen. Wir fangen an mit... Also ihr geht so runter und wenn ihr nicht da ganz runterkommt, dann geht ihr so weit vor, bis ihr mit der ganzen Handfläche runterkommt. Also ich hier und dann geht ihr nach vorne, ganz viele kleine Schritte und macht zwei Liegestützen. Dann geht ihr mit den Füßen nach, ganz viele kleine Schritte so weit wie ihr halt wieder hinkommt. Und wir nach vorne. Zwei Liegestützen. Okay. 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 Oh, habe ich nur eine Liegestütze gemacht? Weiß ich nicht. Ich habe nicht geguckt. Auf jeden Fall schaffe ich nur noch eine. Warte. So, eine schaffe ich noch. Glaube ich. Mit ein bisschen Luft. Die Knie müssen da jetzt immer gestreckt bleiben. Okay. Jetzt musst du genau das Gleiche sozusagen machen, ohne Liegestütz und so ein Hasen hoppeln sozusagen. Arme und Knie bleiben gestreckt. Wichtig ist, dass du das Hände und Füße nicht gleichzeitig machst. Also nicht so. So. Okay. Dann machen wir einmal den Storch. Heißt ihr bei uns? Linkes Bein. Rechtes Bein unten. Linkes Bein. Rechtes Bein oben. Das ging mir zu schnell. Ich glaube, den Zuschauern auch. Also unten, unten und dann oben. Unten, unten, oben, auch. Oben, vor, vor, zurück, zurück. Okay, nochmal. Knie strecken. Was ist denn das hier? Wir sind keine Pferde. Ähm, dann. Ah ja. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 sprung ich habe ich nicht ja gut doch so was geht schon auf jeder bahn zweimal gute seite erst ist egal ist ein schlechter macht der schlechte ja ich denke mal das ist meine gute ist witzig jetzt machst du die andere seite ja links und rechts hat ja ja sollten wir immer die gleiche ja wechsel ich jetzt auch noch mal bei mir sieht sich schön aus also ja bei mir schaut doch weniger schön und jetzt machen wir es wie vor richter oder so also anmelden der war nicht schön ich bin total gehoppelt du machst so ein hier gefühl ja also versuche dass du die knie wenigstens gestreckt das ist nicht nur so machst okay hauptsache die knie sind gestreckt du musst gestreckt sein gleiche noch mal dann machen wir einmal wechsel also halt immer links rechts links rechts spagatsprung wechsel knie strecken also auf der stelle gerade gefühlt ok naja machen wir zwar nicht im turnen aber wir hatten auf dem bauch liegen und rückentraining das auch gut führst ok eigentlich so breit hin und dann rutscht er einfach weiter runter 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 ja das besonders gut für reiten weil man beim reiten immer die adduktoren hier drinnen sehr viel anspannt und das entspannt die adduktoren und die werden dann dadurch auch verkürzt ja also deswegen sollte man schauen dass man das wieder ein bisschen gegendehnt das wetter ist heute so schön ja ist herrlich ich bin ja beim rast gehen an diesen weißen baum da hinter uns vorbeigelagern da summt es und brummt es wie die sauer die bienen sind da ok dann können wir noch ein bisschen krafttraining machen schwarze wie ich keine halbe minute vielleicht starke wie du können vielleicht eine minute ok dann machen wir jetzt einfach wie lange es schafft ok du kannst auch einfach eine minute und ich eine halbe du machst du lange kannst ja und ich war eine minute ich zähle aber leise damit du nicht weißt wie lange kannst ich guck dann wenn du runter gehst ok 3 2 1 gut 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 Genau eine halbe Minute. Ja, hast du noch gewusst. Ach, ich mach da mal ein paar Häuschen, das ist schön. Manchmal sind meine Füße nach dem Reiten so ein bisschen eingeschlafen und dann gehe ich meistens aus den Stiefeln raus und dann kreist die einfach so. Ich kann aber den einen machen. Achso, ja, es ist auch gut als Vollbeugung. Fürs Reiten, dass man dann gar nicht so verkrampfte Beine hat. Wenn man die auch ein bisschen dehnt, also nach unten, nach oben, in alle Richtungen. Der Reitstiefel ist ja immer ziemlich steif. Da kann man sich nicht sehr viel bewegen, außer man reitet halt mit Chaps oder sowas. Dann geht es wieder besser. Wir haben gerade noch was rausgefunden, was wir auch noch machen können. Äh, Kerze. Ähm, also wir machen die Beine zahm. Der Rücken ist gerade und dann hoch. Und wer noch nicht so viel Kraft hat, kann so wie meine Mutter hier abstützen. Hä? Abstützen. Oh, warte, ich muss die Haltung anders machen. Das ist doch nett. Au. Au, sorry. So. Oder halt, wer mehr Kraft hat. Aber immer schön gerade, Mami, du machst sowas. Und dann auseinander. Zusammen. Dann können wir mal Radfahren. Zusammen. Auseinander. Zusammen. Und ich kippe. Zusammen. Wuhuhuhu. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wer es mir nicht gefallen hat, wer es mir nicht gefallen hat, wer es mir gefallen hat, und jetzt abonnieren, Glocke drücken, damit ihr nie mehr was verpasst. Und tschüß, bis zum nächsten Mal! Herrlich. Jetzt noch eine Stunde hier einfach chillen. Wenn ich könnte, würde ich jetzt Überschlag machen. Und wir grüßen noch ganz herzlich Leny. Bobby Céline und Cosmo Das sagen wir nochmal Und Leni, du hast Cosmo, ich mach Bobby, du machst Céline Ja Und wir grüßen noch ganz herzlich Leni, Cosmo, Bobby und Céline Hi Wenn ihr noch nicht gegrüßt wurdet, schreibt es uns gerne in die Kommentare Wir grüßen euch in einem der nächsten Videos Und immer in Longfahrten Videos Also die langen, die langen müsst ihr angucken Nicht die Shorts, die langen, so wie dieses hier Langes Video Lang, lang, lang Lange Video Lange Video Lange Video Nicht lange Straße, lange Video Ja Also, wir freuen uns auf euch Ciao